Willkommen zu einem weiteren Artemis Suite Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Zoom-Funktionen innerhalb eines Diagramms der Artemis Suite. Im aktuellen Beispiel wurde die Level vs. Time-Analyse einer Marke mit einem Data Viewer als Destination Element berechnet. Bewegen Sie bei gedrückter Maustaste den Cursor im Diagramm, um die Kurve zu verschieben bzw. die dargestellten Achsenabschnitte zu ändern. Wenn Sie den Cursor in den Randbereich des Diagramms bewegen und die Shift-Taste gedrückt halten, verändert sich das Aussehen und die Funktion des Zoom-Cursors. Je nach Pfeilsymbol werden entweder eine oder beide Achsenabschnitte nicht mehr verschoben, sondern gestaucht. Um mit einem Klick wieder die gesamte Kurve darzustellen, öffnen Sie per Rechtsklick im Diagramm das Kontextmenü und klicken auf das Symbol Zoom all links in der oberen Zeile. Mit einem Klick auf das Zoom to Representation Settings Symbol werden die Achsenabschnitte eines Diagramms so dargestellt, wie sie in den Einstellungen der Analyse festgelegt wurden. Die Werte in den Representation Settings müssen Sie jedoch vor der Berechnung einer Analyse festlegen, damit diese Funktion wirksam wird. Eine weitere Möglichkeit innerhalb eines Diagramms zu zoomen besteht durch das Drehen des Mausrads. Damit wird auf die Position gesoomt, an der sich der Cursor gerade befindet. Halten Sie bei Drehen des Mausrades die Steuerungstaste gedrückt und der Zoom reagiert schrittweise und nicht mehr kontinuierlich. Benutzen Sie die Lasso-Zoom-Funktion, um einen Bereich festzulegen, auf den gesoomt werden soll. Ziehen Sie dafür im Diagramm mit gedrückter Steuerungstaste per Klicken und Halten der linken Maustaste ein Fenster auf. Der nun dargestellte Bereich entspricht dem aufgezogenen Fenster. Eine weitere Möglichkeit, bestimmte Achsenabschnitte darzustellen, erreichen Sie per Rechtsklick auf einen der Achsenbereiche. Per Eingabe von Zahlenwerten können Sie sich einen beliebigen Achsenabschnitt anzeigen lassen. Damit haben Sie einen Überblick der unterschiedlichen Zoom-Funktionen im Diagramm der Artemis Suite bekommen und können bestimmte Ausschnitte aus Ihren Messungen hervorheben. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!